Liebe Freunde von Neuland Thailand, wie geht es euch? Ich hoffe es geht euch gut und nach meiner kleinen Phase von Musikproduktionen, die natürlich weitergeht und von den Gründen von zwei kleinen Unternehmen habe ich jetzt ein bisschen mehr Zeit wieder ein paar Videos zu drehen und zu machen. Es gibt auch gute News, ihr könnt euch wirklich freuen und zwar komme ich gleich zurück auf diese super News nach diesem kleinen Song. FFP2-Masken geben uns die Kraft, die Pandemie zu bekämpfen, voranzusteigen. FFP2-Maske auf, Atmung rein, schützen wir uns, es ist nicht fein. Das Virus bekämpfen wir mit Macht, gibt der FFP2-Maske Tag und Nacht. Musik 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 Ok, jetzt kann ich ein bisschen leiser reden. Und zwar gibt es eine super, super Nachricht für alle Maskenfreunde. Für alle Freunde, die sich gerne zeigen in der Öffentlichkeit mit dieser FFP2-Maske. Und zwar in Deutschland, Italien und in der Schweiz gibt es ja Leute, die diese Maske immer noch tragen, auch wenn sie schlafen. Und jetzt gibt es für diese kleine Gruppe von Menschen eine super Nachricht, wirklich eine sensationelle Nachricht. In Thailand ist es nämlich so, dass der Gesundheitsminister einen Vorschlag gemacht hat, dass die Fahrer neuerdings, und zwar nur die Fahrer, Maske tragen müssen. Und zwar in Phuket, Pattaya, Chiang Mai. Super Nachricht für diese Gruppe von Menschen, die sowas mögen. Und es freut mich echt für euch, dass ihr endlich mal euch zeigen könnt, auch hier in der Öffentlichkeit. Ja, und was gibt es da noch mehr zu sagen? Also, nach dieser super Nachricht, ich verlinke euch noch den Artikel unten in der Beschreibung, den offiziellen Presseartikel dieses Mandates oder dieses Vorschlags. Und ich hoffe, es wird euch sehr gefallen. Also, das wäre schon mal alles, weil ich bin sehr busy. Und ja, wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Bye! Hallo und guten Tag, mein Freund. Heute sprechen wir über ein starkes Thema. Die Macht der FFP ist zwei Masken, verstehst du? Es geht um dich, um mich und um uns alle. In diesen Zeiten ist es wichtig, dich zu schützen. Unsere Lungen, unsere Gesundheit, unsere Welt. FFP zwei Masken geben uns die Kraft, die Pandemie zu bekämpfen, voran zu schweigen. FFP zwei Maske auf, Atmung rein. Schützen wir uns, es ist nicht fein. Das Virus bekämpfen wir mit Macht mit der FFP zwei Maske Tag und Nacht. FFP zwei Maske oder differentiation. FFP zwei Masken da対Chef drei Maske Tag und traun woher sind oft Kartik. M license Untertitelung des ZDF, 2020